Ah, aber den Rücken kann ich auch nicht vorbei. Das ist doch doch. Vielleicht kann ich das mal abkönnen. Das ist doch nicht möglich. Hör! Hör! Äh, ich hab's noch schön, ich bin gar nicht so toll. Na, das weiß gar nichts. Oh, okay. We have a new... Sex. I gotta see. Hier! Zweif... Zweif... Und natürlich, wie gesagt, das Stück wird es wieder dann. Ja, das ist nicht sicher. Ja, das kann ich nicht mehr probieren, so... Heh Ach, wie schon mal will. Neffigere Gegner weg. Okay, dann tun wir es natürlich auch so schwierig zu erledigen. Ja. Wie gesagt, ich wollte es hier oben nochmal hin. Vielleicht nicht hier rum zu können. Ich glaube hier unten waren die noch gar nicht. Beziehungsweise hier ist auch noch so eine Blume. Ich glaube hier unten. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ah, das ist ja gut. Ist das alles? Ja, natürlich werden wir übergiftet. Ich hab nichts anderes erwartet. Irgendwie müssen wir doch noch zu den Magnern kommen. Die hier unten sind. Das sollte gut sein. Jetzt sind wir ein Gegner. Light clear! Fire burns! Fire burns! Fire burns! Dark clear! Hey! You wanna give up? It's too late! Just drop your power! Export this battle! Ah, hoffentlich reicht der letzte Angriff. Aus... Warte kurz sagen. Ich vermisse das Ding schon wieder schnell durchs Helles. Das reicht trotzdem. Pretty! Ich nehme auch mit. Und hier kann ich wirklich zu den Magnern. Oh, Freilands ist frei. Ich bin nämlich gern. Ramhi. Äh, Spont. Loot-Puddle. Und... Piccolo... Toys... Windhoof... Ähm... Der rohen Helm. Da ist ja wieder das Regnern. Äh... Okay. Die ist die erste von Kisalas. Da hatten die zwei in meinem Haus. Trotz. Interessant. Aber ich nehme es trotzdem gern. Noch eine Chance auf Gift. Okay. Als wenn ich Gegner vergiften möchte. Ich weiß jetzt wie. Äh... Dann hat die Karte Sribari. Und hat auch drei Zahlen drauf. Ich... Ich habe wie gesagt keine Ahnung. Wie ich die dann richtig verwendere. Verwendere. Sehen wir mal welche von den oberen Zahlen dann ausgewählt wird. Ich setze mal die rechts oben. Ich weiß nicht. Und wir haben zu sehen. Wie geht der dritte? Ich habe den Liste gehalten. Ja. Wenn du jetzt also sch Сергierter reinstellt... Bist du nicht gut? Ich habe das gehalten. Wir hören die Gäste. Geil, hat's mir so ein bisschen schaden gemacht. Die Dinger haben, wenn sie mir als Trommel leben. Ist das alles, was du hast? Ist das alles, was du hast? Kannst du mir nicht holen? Ich bin schon wieder gefütet. Ich meine, ich denke, kannst du es probieren, aber ich würde nicht so viel beigern. Hier geht es. Hier geht es. Like Rear. Like Rear. Like Rear. Äh, ok. Und dann bin ich das Fenuring. Ich blöde die einen. Und dann bin ich natürlich nicht. Ich habe schon kein Glück. Ich habe schon kein Glück. Okay. Ich glaube, mit Keles habe ich gar nicht mal so viele sieben. Und dann... Zum Glück erreicht. Nicht schlecht. Einen Loot? Ähm, ich weiß nicht. Okay, die haben jetzt auch so Muscheln dabei. So. Ah, das ist ein Schlag. Ah! Ah! Wenn du willst, ist es zu früh! Destruktive Power, Explosive Battle! Ist das alles du hast? Kuck! Ist das alles du hast? Ist das alles du hast? Ist das alles? Ist das alles du hast? Ist das alles du hast? Ist das alles du hast? Das ist faktisch gewesen. Schmerz, Schmerz! Fliegt schnell wie eine Schmerz! Schmerz, Schmerz! Blast, Schmerz! Klick, Blast, Blast! Blast, Blast! Halt, Blast! Das reicht auch aus. Er kann es ja noch mal anreißen, bevor er nicht so lange reicht. Ja! Woa! Feier the Wings of Darkness! Short-Style, Shadowface! Ist das all you got?! Das war noch mal zu tun. Oh, das ist ja so. Oh, also Shishkebab. Ich habe ein schlechtes Gefühl über das. Äh, halte Kisala. Hier! Wie ist es eigentlich Kisala? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Ist das all das du hast? Ist das all das du hast? Es kann nicht nur Kisala aus das Spiel spielen. Das war's. Heeeh. Heeeh, ich hab drei Feuer. Ops. Dafür müssen wir ja schon machen. Das ist ein Schuss! Ist das alles, du hast? Ah, das ist doch nicht ausgültig. Das ist eine Schreibe. Ah, Feuerbuchstruz 2 nehme ich gerne nochmal. Und dann lasse ich mich wieder raus aus dem Dschungel. Ah ne, wir hatten ja noch einen Weg. Ich bin noch nicht ganz draußen. Jetzt bin ich ganz draußen. Okay. So, ich will längst noch mal zurück zum Dschungel. Nein, das war nicht zu laden. Wieso müssen wir hier auch die Tür zur Opfer haben? So. Mal schwenken ausruhen. Mal schwenken. Weiss. Jaaa